Herzlich willkommen liebe Zuschauer, der Tipp der Woche steht an und da blicken wir heute auf BMW. Sie sehen schon im Chart die Aktie auf einem neuen Jahreshoch und das bedeutet auch ein neues Mehrjahreshoch. Die Zahlen alles wunderbar, wie gesagt technisch gefällt mir die Aktie außerordentlich gut und wir sehen das gleich auch eben im langfristigen, im Zehnjahreschart was das Ganze zu bedeuten hat. Nach dem dynamischen Ausbruch, nach endgültigem Ausbruch über die 104,70 Euro hier hinten dieses hoch, das haben wir jetzt gebrochen und jetzt, ja da ist nichts mehr. Bis zum Allzeithoch oberhalb von 120 Euro kann man das Ding eigentlich laufen lassen. Die Aktie sieht man auch sehr schön, diese Flagge die eben diesen Aufwärtstrend bestätigt und jetzt ist der Weg frei in den Bereich 120 Euro. Natürlich nicht auf Sicht von zwei Wochen, aber ich denke mal vielleicht sogar bis Jahresende oder spätestens im Frühjahr 2024 sollten wir da oben stehen. Wenn man das Ganze noch ein bisschen hebelt, dann macht die ganze Sache noch viel mehr Freude, wenn es auch so kommt das Szenario, dass wir uns da vorstellen. Bewertungstechnisch, zahlentechnisch auf jeden Fall machbar, dass BMW diese Ziele erreichen. Die BKN, die passende ist die HC0 ZMG, kostet aktuell 3,45 und hat einen Hebel von 3,1. Den Stoppkurs platzieren wir bei 3,05 Euro. Ja, vergangene Woche war, stimmlich vor zwei Wochen, war es Brenntag. Letzte Woche hatten wir keinen Tipp der Woche. Die Aktie am Freitag, ja gut zugelegt, auch heute morgen ein leichtes Plus. Die Chemiebranche profitiert von den Plänen der Bundesregierung, einen Industriestrompreis einzuführen. Das wäre vom Ergebnis her sicherlich ein Boost. Die Branche an sich, der IFO-Index sagt, dass die Stimmung deutlich besser ist. Die Auftragslage noch nicht gut, muss man auch sagen, aber insgesamt hat sich das Bild für die Chemiebranche verbessert. Und wir sehen, wenn Brenntag hier diese Hürde meistert, dann ist schnell 80, 85 Euro möglich. Und wir schauen auf den Schein, der ist schon mal ganz gut angelaufen. 2,44 auf 2,53 noch nicht der Wahnsinns-Hit, bin ich ja ehrlich. Aber die Richtung ist klar, schaut gut aus. Also Stoppkurs 2,10, den würde ich mal noch lassen. Ansonsten, ja, bleiben Sie dabei bei der MT8 R4B. Das war's von mir schon wieder. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche und würde mich freuen, wenn wir uns in einer Woche wiedersehen. Bis dahin, machen Sie es gut.